Mach es dir ganz bequem, schließ deine Augen, atme tief ein und aus. Atme noch mal tief ein und aus. Und erlaube es dir, dass du mit jedem Ausatmen schwerer und angenehmer wirst. Und mit jedem Einatmen sinkst du noch tiefer hinein in dich. Du spürst immer deutlicher den Boden unter deinen Füßen. Oder an deinen Rücken. Und du spürst, dass du mit jedem Atemzug noch schwerer wirst. Ganz angenehm und schwer. Und es ist absolut in Ordnung, wenn du so schwer wirst, dass du beginnst einzuschlafen. Dein Unterbewusstsein wird eine Reise für dich machen. Eine Reise ganz tief hinein in dich. Und es ist dir erlaubt, dass du dich dieser Reise ganz hingibst. Es gibt dabei nichts für dich zu tun. Du kannst beobachten. Oder dich auch ganz fallen lassen. In eine tiefe Leere. In eine angenehme Stille. Die ganz wohlig und warm ist. Und je tiefer du in diese Geborgenheit hinein sinkst. Und je wärmer dein Körper wird. Desto deutlicher. Spürst du das Zentrum deines Seins. Dein Herz. Wie es regelmäßig das Blut durch deinen Körper pumpt. Du kannst die Bahnen, die das Blut durch deinen Körper zieht, spüren. Und ganz automatisch trägt es dich in dein Herz. In dein Zentrum. Warm. Und angenehm. Und für einen Moment rastest du in deinem Herzen. Du kommst ganz an. Und du erkennst, dass du in deinem Herzen vollkommen bist. Unendlich. Hier bist du das Leben. Grenzenlos und mit allem verbunden. Hier aus deinem Zentrum heraus ist dir alles möglich. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl in deinem Leben, dass du gerne mehr wahrnehmen möchtest. mehr spüren, mehr spüren, mehr fühlen oder auch mehr wissen möchtest. Dass es manchmal leichter ist für dich im Leben, etwas vorher zu ahnen, selbstsicherer zu sein, dich selbst mehr zu lieben, mehr auf dich zu achten. Doch oft verlierst du dich im Alltag. Bist gefangen von Problemen und Sorgen des Moments, von Aufgaben, die im Überfluss permanent auf dich warten. Und in solchen Momenten wünschst du dir manchmal einen inneren Frieden, eine Gelassenheit, eine Sicherheit, dass alles gut wird. Und so beschließt du, dir Hilfe und Rat zu holen. Und so lädst du deine geistigen Helfer ein, dein Krafttier, dein Geistführer, Engel, aufgestiegene Meister, die Schöpfung selbst, ein wundervolles Licht, was immer für dich passend ist. Etwas, das für dich die Reinheit symbolisiert. und mit deiner Begleitung erlaubst du dir, aus deinem Herzen heraus hinaus, hinauf in deine Stirn zu fließen, hinter deine Stirn, dort, wo dein drittes Auge ist, deine erweiterte Wahrnehmung. Du findest du findest den richtigen Punkt hinter deiner Stirn. Ganz intuitiv weißt du, wo das Zentrum deines dritten Auges ist. und hier hat deine Begleitung ein wertvolles Geschenk für dich. Deine Begleitung überreicht dir hier ein Samenkorn, einen ganz besonderen Samen. Nimm ihn in deine Hände, spür ihn, fühl ihn für einen Moment und dann beatme dieses Samenkorn in deinen Gedanken. Richte dein Ausatem auf das Samenkorn. Behutsam, wertschätzend, mit der Kraft deines reinen Wesens beatmest du das Samenkorn dreimal. Lass dir Zeit sei ganz bei dir und beginn die Lebendigkeit des Samenkorns immer mehr und mehr zu spüren und dann segne das Samenkorn auf deine ganz eigene Art und Weise ganz in Stille für dich. und dann Und dann nimm das Samenkorn. Und pflanze es im Zentrum deines dritten Auges, ganz so, wie es sich dir zeigt. Intuitiv weißt du genau, was zu tun ist. Dann versorg das Samenkorn im Zentrum deines dritten Auges. Und beobachte, wie es direkt beginnt zu quellen. Und da eine Pflanze langsam aus dem Korn hindurch bricht. Beobachte die verletzliche, zarte, kleine Pflanze, wie sie beginnt zu wachsen. Immer größer wird. Der Trieb der Pflanze immer dicker und stabiler wird. Bis es sich beginnt zu teilen. Ein stabiler Teil, der nach oben in Richtung deines Kronenchakras wächst. Und ein kleiner, biegsamer, flexibler Teil in Richtung deiner Stirn wächst. Ganz mühelos gelingt es, der Pflanze durch deine Stirn hindurch zu wachsen. Und durch den höchsten Punkt deines Kopfes und hier bildet sich eine Blüte in deinem Kronenchakra. Ein riesiger, tausendblättriger Lotus, der vielleicht im Goldenen, in Silbernen oder in allen Regenbogenfarben glitzert und leuchtet. Und auf deiner Stirn öffnet sich eine zarte Knospe im blauen, magentafarbenen oder violetten Licht. Beide sind sie wunderschön. Der große Lotus, der das Sonnenlicht in sich aufnimmt und das Sonnenlicht nach unten bringt in deinen Körper. Deine Pflanze noch stärker wird. Und auch der feine Teil, der in Richtung deiner Stirn geht, noch stabiler und kräftiger wird. Und vielleicht hast du jetzt schon das Gefühl, dass der Raum, den du wahrnimmst, beginnt zu wachsen. Und du ihn trotzdem spüren kannst, wahrnehmen kannst. Und du fühlst ebenso. Dass du ruhiger wirst. Dass es nichts gibt, über das du urteilen müsstest. Dass Fragen auf einmal nicht mehr wichtig sind. Und du bemerkst, dass Antworten in dir sind, die du zuvor vielleicht nicht wahrgenommen hast. Aber es sind die Antworten, die in dir sind, die bedeutend sind für dein Leben. Die Fragen sind unbedeutend. Die Antworten schenken dir Sicherheit, Orientierung, Wissen. Und so erlaubst du es dir, dass die Antworten über dein Stirnchakra in dich hineinfließen. Sich mit dem Licht der Sonne verbinden, das über dein Kronenschak rein dich hineinfließt. Und da kräftig und gehaltvoll werden. Selbst die ältesten und massivsten Zweifel, die dich schon seit vielen Jahren begleiten, haben dagegen, haben dagegen keine Chance. Und so reist du mit den Antworten, die in dir sind, wieder hinab in dein Herz. Und beobachtest, wie das Licht der Sonne und die Antworten, die in dir sind, hineinfließen in dein Blut. Sich mit deinem Blut verbinden. Und durch deinen gesamten Körperreisen, du erfüllt bist. Von einer grenzenlosen Wahrnehmung, die in dir ist. Die du nicht verstehen brauchst. Die dein Verstand gar nicht analysieren könnte. Selbst wenn er es wollte. Es reicht dir die Gewissheit. Dass sie da sind, die antworten. Und so weißt du auch, dass die Antworten immer da sein werden, wenn du sie brauchst. Wenn es notwendig ist. Wenn es notwendig ist. Nicht dann, wenn dein Verstand es sich wünscht. Sondern wenn du in deiner Liebe, in deinem Herzen, in deiner Intuition bist, in deiner Stille, dann sind sie da, deine Antworten, deine Lösungen. Dann folge dir den Leben. Es zeigt dir den Weg. Es ist in dir. Du bist das Leben, erfüllt mit allem, was es braucht. Du bist das Leben, wie es dich durchfließt. Bist deinen gesamten Körper erfüllt. Von den Fußsohlen, bis in deine Haarwurzeln. Und so beginnst du, die Erde wieder zu spüren. Beginnst du, deinen Körper wieder zu fühlen. Bedankst dich bei deinen Begleitern für diese wundervolle Reise und für dieses einzigartige Geschenk. Spürst deine Hände, deine Füße. Bewegst deine Finger und deine Zehen. Atmest nochmal tief ein und aus. Und öffnest deine Augen, wann immer du dazu bereit bist. Und bist wieder ganz im Hier und Jetzt.